23. September 2006 Heiliger Pater Pio Jeder Mensch muss die von Gott erhaltenen Gnadengaben erkennen, um sie zur Ehre Gottes und zum Wohle anderer nutzen zu können. Dies gereicht euch zum Heil. Hierzu hat Jesus Christus alle, die an ihn glauben, eingeladen. Bemüht euch, ein gottgefälliges Leben zu führen. Sucht und erfüllt Gottes heiligen Willen. Es ist Gottes Wille, dass ihr heilig werdet. Jesus Christus ist hierzu der Weg. Eure himmlische Mutter ist euer Beistand und eure schützende Fürsprecherin auf eurem Pilgerweg zu Gott. Die Mutter Gottes hat euch eingeladen, ihrem göttlichen Sohn durch euer betendes und sühnendes Leben nachzufolgen, damit auch ihr selbst heilig werdet und durch eure Gebete und eure Sühne auch anderen dazu verhelft. Seid der allerseligsten Jungfrau, gute Mitarbeitere. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.